Es war eine Muschel, die dem neuen Material aus China, welches so fein und so glänzend wie diese Muschel war, ihren Namen lieh. Porzellana. Damals wetteiferte ganz Europa darum, das Geheimnis seiner Rezeptur zu entschlüsseln. In Deutschland gelang es zuerst, die natürlichen Zutaten zu finden. Und so entstand im Jahr 1710 die einzigartige Kultur und Qualität der deutschen Porzellanherstellung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 In kunstvoller Handarbeit und mithilfe moderner Technik entstehen erlesene Kostbarkeiten von unvergänglicher Qualität. Porzellan aus Deutschland. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018